servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja neue woche neues glück und das bedeutet wieder ein paar blu-ray erscheinungen und neuheiten diesmal mit der kalenderwoche 37 und wir beginnen mit dem film casino hier erscheint am 12. september am donnerstag das 4k ultra hd limitierte steelbook welches aktuell auf der seite von amazon sowie saturn leider ausverkauft ist da müssen wir abwarten wie es am donnerstag dann in den läden aussieht und vielleicht kommt es ja dann online wieder zurück also auch genau beim blu-ray steelbook kauf und wir machen weiter mit dem film die unglaubliche reise in einem verrückten flugzeug das ist so eine art spoof film unglaublich witzig unter anderem mit leslie nielsen in einer nebenrolle den kann ich jeden nur wärmstens empfehlen 10.99 wird hier veranschlagt zum start und ja da kann man definitiv warten bis der im preis fällt aber der film kann man sich mehrmals rein sehen ich habe ihn auf tvd und er ist wirklich nur aber aber witzig jo machen wir weiter ebenfalls mit einem etwas älteren film nämlich ein unmoralisches angebot mit robert redford demi moore und wo die harrelson in den hauptrollen seinerzeit ein richtig skandalöser film über ein thema ich biete dir so und so viele millionen für eine nacht mit einer frau nimmst du es an oder nicht und zwar für hier in geldnot geplagte das in geldnot geplagte ehepaar überlegt natürlich und ja ein sehr brisantes thema und großartig gespielt von allen drei darstellen genauso wie dieser film hier mit michael douglas und glänklos eine verhängnisvolle affäre auch das ein sehr toller film erscheint ebenfalls am 12 september und auch hier werden 10 99 zum start verlangt jo dann machen wir weiter mit dem film glam girls und zwar mit ann haveaway unter anderem und die finde ich ja super hübsch die frau und da bin ich auf dem film mal gespannt hinreißen verdorben der titel hat er heißt einen schon fast zum verkauf hin also er verleitet einen definitiv wenn man hier ein bisschen von dieser etwas beleibteren frau abguckt was jetzt nicht zu meinem geschmack entspricht aber es gibt ja auch leute die stehen wie schon damals bei how high gesagt auf die dicken beim und deswegen vielleicht auch hier ein kaufgrund für den ein oder anderen also machen wir weiter und zwar mit independence day die collection teil 1 und 2 im 4k keep case sozusagen zwei blu rays da haben wir dann einen preis von 31 99 zum start und dann haben wir noch den film kalte füße mit heiner lauterbach unter anderem und der hatte eigentlich gar keine schlechten bewertungen und jetzt kommt ja sowieso schon langsam die kältere jahreszeit jetzt beginnt der herbst und ich freue mich schon wahnsinnig auf den horror oktober da können solche winterfilme noch getrost ein bisschen warten wir haben ich habe schon miss blabla gelesen miss baller okay hier diesen film und ja der film sagt mir persönlich nichts es gibt auch nur eine kundenrezension worauf man jetzt nicht so viel geben sollte aber die dame sieht doch eigentlich ganz hübsch aus lady in red sozusagen dann haben wir noch die star trek free movie collection unter anderem mit dem regisseur jj abrams und justin lynn mit chris pine zachary quinto und 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 eben die neue trilogie hier in einer drei movie collection box 18 79 aber auch da wird der preis definitiv mal fallen werden wie haben wir purge die säuberung staffel 1 also hier handelt es sich um die serie und ja ich habe da noch nicht ja rein gespickt obwohl das ja ich weiß gar nicht auf amazon oder auf netflix läuft keine ahnung könnte mir ja auf die sprünge helfen und falls ihr da mal reingeguckt habt und die serie empfehlen könnt könnt ihr mir gerne mal einen kommentar da lassen die filme selbst mag ich eigentlich sind ein bisschen durch wachsen geraten die reihe purge aber so im großen und ganzen ist es doch eine ganz coole reihe muss man ganz ehrlich sagen dann haben wir noch wains world hier erscheint der erste teil am donnerstag den 12 september auf blu-ray den zweiten gibt es leider nur im ausland wie man hier sehen kann bereits auf blu-ray aber ich bin mir sicher der lässt hoffentlich also hoffentlich nicht lange auf sich warten wir haben noch die trilogie vom planet der affen ebenfalls am 12 oktober 2019 für 44 99 teil 1 bis 3 in der 4k ultra hd version sozusagen und hier bin ich mir sicher kann man auch getrost warten auch da wird der preis definitiv einmal fallen dann machen wir weiter mit freitag den 13 und da erscheint als allererstes asche ist reines weiß auf blu-ray außerdem billionär boys club mit taren aggerton sowie kevin spacey es erscheint eine bad spencer xxl jumbo box auf blu-ray und dann haben wir noch robert redford in ein gauner und gentleman unter anderem auch mit casey affleck und danny glover dann haben wir noch hell fest passt der perfekt zum freitag den 13 von den produzenten von walking dead außerdem erscheint der film mcconaughey und anne hathaway im netz der versuchung ein film von 2000 und 19 unter anderem erscheint dann auch noch die serie malcom mittendrin hier staffel eins bis sieben sd on blu-ray sozusagen dann müssen wir mal gucken wie es hier weiter geht und zwar hier und zwar mit rigid gear und red corner auch ein etwas älterer film erscheint hier am freitag den 13 genau für 11 euro 49 als vorletzten film habe ich noch rausgesucht war hole in the ground ja hier einer der für 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 einer der furcht einflößendsten filme des jahres was für ein schweres wort es war jetzt mein dritter versuch das halbwegs korrekt auszusprechen ja da bin ich mal gespannt aber ich denke mal nicht dass der film dieses versprechen einhalten kann und zu guter letzt true confessions mit robert de wale und robert de niro jungen lieben filmfreunde das war's dann mit der auswahl mit einer etwas größeren auswahl der blu-ray neuheiten und neuerscheinungen der kalender woche 37 wenn was für euch dabei war schreibt es mir doch bitte unten in die kommentare rein und wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch bitte einen daumen nach oben da das war's von meiner seite aus ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten mal und servus